Hallo Freunde! Die meisten Menschen denken gar nicht erst darüber nach, wie schnell sie eine gewisse Arbeit ausüben können. Manche versuchen sogar das Gegenteil. Aber heute geht es um die schnellsten Arbeiter. Arbeiter, die ihr Werk beinahe schon im Schlaf beherrschen. Sie agieren mit einer Geschwindigkeit, die schon fast übermenschlich scheint. Teile uns doch am Ende mit, welche Aufnahme du am erstaunlichsten findest. Mehr muss dazu auch nicht gesagt werden. Lehn dich einfach zurück und schaue den schnellsten bei ihrem Handwerk zu. Nummer 3 Bis zum nächsten Mal. 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 Wenn ja, dann teile es uns doch in den Kommentaren.